hallo leute ich bin again killer und herzlich willkommen zu einem neuen video in dem heutigen video möchte ich euch nur ganz schnell zeigen wie ein paar kostenlos oder wie ein bisschen steam money bekommen könnte da ja gerade winter sale ist dafür müsst ihr steam level 5 sein das könnt ihr gucken indem ihr hier oben auf euren namen drückt dann auf profil dann seht ihr hier oben welches level ihr seid ich bin jetzt gerade 13 ihr müsst schufe 5 sein wie gesagt und ja um schufe 5 zu kommen müsst ihr mal diese abzeichen hier machen und ich glaube moment ich muss kommen mal kurz runter wo ist denn das hier community anführer das gibt euch 500 xp das heißt ihr müsst die ganzen aufgaben hiervon machen euch so videos angucken und so einen scheiß ich habe auch nicht alle gemacht ich habe das schon vorher bekommen und wenn ihr die alle gemacht habt bekommt ihr 500 xp dann seid ihr level 5 also ihr müsst einfach nur machen was hier immer steht und ja seid ihr dann level 5 geht ihr einfach hier oben auf shop so dass ihr auf diese startseite kommt scrollt dann runter und hier jeden tag drei kostenlose zusammenkarte bekommen dann drückt ihr da drauf hierher neue liste beginnen dann werdet ihr euch immer spiele vorgeschlagen und dann müsst ihr hier unten sieht man meine maus ich drücke nochmal rechtsklick hier drauf hier auf nächsten beitrag drücken und das müsst ihr halt elf mal machen jetzt noch zehn mal machen dann müsst ihr einfach also ihr werden euch immer spiele vorgeschlagen ihr müsst einfach immer auf weiter drücken und wenn ihr am ende angekommen seid habt ihr eine karte im inventar und die könnt ihr dann auf dem marktplatz verkaufen vorhin als ich das gemacht habe waren die karten noch zwölf cent wert ich glaube da kriegt man irgendwie so zehn cent ungefähr raus sind ungefähr 30 cent pro tag ich glaube das ganze geht bis zum vierten januar ich habe das irgendwie mal überschlagen da kommt man ungefähr auf drei euro sechzig raus also wenn die karten natürlich bei dem preis bleiben und hier zack und jetzt seht ihr hier oben und hier unten neuer gegenstand in meiner liste und ich habe jetzt schon wieder karte sechs ich habe jetzt zwei mal nummer drei und zwei mal nummer sechs also ich habe einmal mir diesen goat das abzeichnen von goat simulator gemacht deswegen habe ich jetzt eine karte mehr die karten könnt ihr auch bekommen kann ich euch nur zeigen wenn ihr hier oben auf abzeichen geht dann seht ihr hier die könnt ihr auch bekommen wenn ihr hier oben drauf drückt wie erhalte ich karten mit zum beispiel zehn euro oder zehn dollar umgerechnet sind wahrscheinlich auch zehn euro ausgeben damit ihr noch eine sammelkarte bekommt und ja ich habe jetzt die karten doppelt ich könnte sie jetzt auf dem markt verkaufen hier sehe ich zum beispiel die aus meiner freundesliste wer welche karten hat die ich nicht habe kann ich mit denen tauschen denn ihr könnt auch dieses abzeichen machen damit ihr mehr xp bekommt und auch dieses steam level aufsteigt das wollte ich euch eigentlich nur mal so als kleinen tipp zeigen ich gucke noch mal kurz in mein inventar wie viel das mittlerweile noch wert sind und elf cent okay ist jetzt um cent dingens wenn ich jetzt für elf cent verkaufe gucken wir mal kriegen wir neun cent raus neun cent mal drei sind immer noch 27 cent ihr bekommt dafür bekommt man schon wenn man ein bisschen spart auch ein schönes ghostkin für vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten video